hey girl hey girl ach das tut gut na ich habe heute probiert dieses Projekt zu rendern in den End-Einstellungen in denen es gut aussehen soll ja und ich glaube ein Frame braucht eine Viertelstunde ach scheiße du wirst wahrscheinlich 60 Frames haben ja also insgesamt 250 ja aber pro Sekunde wirst du 60 pro Sekunde 25 ja ok ja das dauert ja ewig ich glaube man könnte sogar ausrechnen wie lange das dauert ne ja ja eine Stunde 4 Frames 250 durch 4 äh 6 fluchten ja 60 gerne 60 Stunden oh oh also wenn ich jetzt anfange jede Nacht durch zu rendern dann bin ich bis zur Abgabe ungefähr fertig kann nur hoffen dass äh dass die Einstellungen auch ok sind wie scheiße aussieht ja können sie mir nochmal zwei Monate geben wieso dann ja ich muss das nochmal neu rendern ja warte warte ah ja die Sklattie sind da hinten warte 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 ich hab noch ne Idee hast du ein Remote Dester von der Uni ne naja schade vielleicht äh wenn du das nachts über die Uni laufen lässt dass das vielleicht irgendwie mehr Power hat das wär witzig ja irgendwas schnarcht hier im Wasser ja wirklich ich geh weiter zu Friedrich und guck mal wie legen können get back motherfucker go to my bed get back get back boah hier sind Loots und Gegners oh 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 wenn ich mich recht erinnere muss ich mal hier echt mit dem den gehen oh 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 das ist dicker! Pass auf die dicken machen weniger Schaden. Ich kann auch schauen. Ohhhh! Die ist direkt hinter mir! Ohhhh! 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 Uhhhh! Uhhhhh! Entschuldigen Sie, gehts hier irgendwo unter die Erde? Stimmt. You don't know me like that. Get back, motherfucker, don't know me like that. Ah. Da ist so ne Treppe runter und dran. Ja, hast du auch grad gefunden. Ach Gott, hier wird's so dunkel, ey. Ja, bei mir ist irgendwie ganz okay. Du hast die Lampe an, gell? Mach ich auch mal, machs alles. Ich hab die Lampe nicht an. Nee. Jetzt hab ich's an. Ah, die Lampe ist geil. Ah! 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 Mann! Gab's hier Fackeln? Alles nicht. Ich erinnere mich auch nicht. Gott, diese Explosion. Ah! Guck ein Skelett her. Ah! Wo kommt das zweite Skelett her? Das war gar nicht... Ah! 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 Wo müssen wir denn nun mal hin? Da unten ist irgendwo ein Bonfire, genau. Jetzt runter. Da hat's ne Leiter runter. Hier war es irgendwo, oder? Ja. Aha. Gibt's hier noch mehr? Ja. Bonfire. Äh, lass mich mal grad heilen, Boy. Ich kann die auch legen am Bonfire. Oh Gott, die stehen ja wieder auf. Du musst die Lampen, Boy, töten. Lampen? Bonfire ist so ein komischer Typ, der kein Skelett ist. Wo ist hier? Bonfire? Ja. Ah! Okay. Sieht doch nach ner Schlägerei aus hier. Die haben Ballistics! Äh? Okay. Soll ich dir sagen, was Bonfire ist? Äh. Gerne. Hm. Du bist ja diesen komischen, du bist ja außen reingegangen, das Loch, gell? Und dann bist du so einen halbrunden Weg runter gegangen. Wo so Köpfe waren. Explodieren. Dann kommst du irgendwo hin, du hast dann so ne Leiter links. An so Vorsprung. Da gehst du runter und gehst, hältst dich immer links. Und irgendwann ist da ein Loch in der Wand. Okay, das Loch ist schwer zu übersehen, ne? Ja. Oh Gott, die kommen ja hier hochgeklettert. Da haben die grad an der Leiter. Wenn ich Angst hab. Aber beim Bonfire ist ja der Typ, der die aufstehen ist, glaub ich. Okay, hier ist das Loch in der Wand. Und noch ein paar ekelige Boys. Ja, das Loch ist rein. Ich geh grad hier rein. Was? Hier ist aber niemand. Hm. Die hat ich eh irgendwo verprügelt. Hier ist ein Loch in der Wand. Ah. Ah, der tut doch weh. Ah. Wartig. Oh. Wirst du vielleicht noch ein bisschen langsamer trinken. Oh. Ah, heavy ist das. Ah, das ist der heavy jetzt geht. Ah. Uff. Okay, boys. Hier unten ist gefährlich. Ey, es gefällt mir. Ja. Ey, ich hab gelegt. okay die stehen nicht wieder auf gott verdammt war das ein fight alter ich war so oft so fast tot wofür ist der hebel hier ich hab den macht irgendwelche putten auf oder zu ich hab ihn gedrückt eben ich hab die heavies hier okay der ist immerhin wettkeil wenn du mal wieder so 10 zombies an dir hast hier reicht so ein r1 mit zwei hände ich schon nicht mehr um die zu one hitten so heavy ich erinnere mich das war voll schrecklich hier da ist er können wir den von hier tun ach der ist gezuckt geht das soweit du hast schaden gemacht naja du musst schaden ich wollte ihm nur ein gutes Gefühl geben was denn pschu pschu warte hey lass ihn doch nicht mehr auf rot mit deinem loot das loot ist runter gefallen da komm ich weiter runter und like this ah der schalter hat die brücke gedreht weil an der setze sind so stachel die sind sonst oben glaube ich ah ouchi komm mal das schild raus da oben wo oben ja links oben ja ja ich komm da oben nicht dran mit meinem feuerball ich komm da oben nicht dran mit meinem feuerball aber wenn du jetzt nen bogen hättest du oder so ich bin scheiße auf nen bogen ich darf außen rum ah ah akrobatik die sicht ist voll geschwissen aber wenn ich das schon höre tatsächlich ist fein heal ich wünschte wir hätten heal der uns beide healt ja ich glaub so was gab es in dem game fast gar nicht ich hab den getroffen dahinter oh god ist das hier schlimm ich bin echt froh dass wir diese dummen helme haben oh god gerne ich will mal grad gucken wie das ohne helm aussehen würde ich geh mal weg wer geht eigentlich geht eigentlich geht eigentlich wird einem schlimmer sein Da hinten ist der ein bisschen rushed glaube ich Ah ne doch nicht, ich habe nichts zu sagen Wollen hier der Bogen schützen? Ah ja, ist der da runter getroppt, was ist das Lachsen oder? Ok, ich habe den da runter gehauen Ok Was ist hier? Was ist hier? Ah hier können wir nicht vorbei, wir müssen den Hebel ziehen Wir können hier nach rechts Was machen die Köpfe, was machen die Köpfe, pass auf Die machen Aua Da kann ich ja gar nicht drauf Ich meine verschwinden die Oh, kannst du den Beuter hinten abschießen? In der Mitte der Oh, macht den Schaden Willkommen in Dark Souls Das Battle bringt mich, die Schaden immer wieder auf Wir müssen den Schalter finden Warte Oh, scheiße So kann ich den nicht in Ruhe abknallen Ok, wir finden jetzt den Schalter Hier mit erhobenem Schild hier durchzulaufen fühlt sich schon mal ganz gut Habs hier versteckte Illusionary Was? Komm, 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 komm hier Können wir schon wieder hier? Ich habe eine Idee Ich muss euch kurz heilen Wir überraschen jetzt nach rechts Da, wo der Bogenball war Da ist die Schalter, jawoll Geschützt mich Oh, was ist das auf der Bogenball? Bitte. Let's go Ja, komm her ah ja das ist ganz untergefallen Das heißt, hinten auch passen. Hier kann man auch nach unten, glaube ich, nach rechts. Das ist eine Wendeltreppe, oder? Ich weiß nur nicht, ob das hier ist. Ja. Du bist da runter, oder? Was kommt man hier raus? Ja. Aber man kann auch hier runter droppen. Theoretisch. Ich will noch mal gucken. In dem Loch hier. Ah ja, hier ist ein Weg. Oh, die Kamera nervt. Das ist nett. Steht doch! Oh! Oh, au! Wo bist du? Immer noch. So weiter runter. Okay. Oh nein, das Leben steht nicht auf. Oh! Wie dann leben die denn? Ja, bis der Beutut ist. Die heben sich ja selber wieder auf. Oh Gott, ne, das tut, das kann mir gestohlen werden. Wir müssen hier raus. Oh, du hast da unten auch nach oben. Ich glaube, der ist nach oben. Ich glaube, der ist nach oben. Ich glaube, der ist nach oben. Ah! Komm! Ah! Oh Gott! Ich bin tot. Das ist, das ist ja alles voll. Was mache ich jetzt? Oh Gott. Ich weiß nicht. Stern. Tatsache, ich bin verrenkt. Fuck it ey. Vielleicht hätten wir die komischen Jump nehmen wollen. Das ist die Frage, ne? Auf jeden Fall ist da unten der Beschwörer. Ah, okay. Hat er den schon tot? Vielleicht müssen wir gleich einfach zusammen da runter rushen. Und den töten und dann die Ads da weg machen. Ich glaube, in den einen Raum zu gehen war ein Fehler. Welchen? Achso, ja, das war ein Fehler. Legst du oder ich? Mach du. Also, da wird schon humanity gephrased. Legst du? Get back, motherfucker. Ich wisse jetzt, wo wir langen müssen auf jeden Fall. Ja. Ich bin deine Sonne. Let's go. Let's go. Let's go. Ich glaube, die Hebel bleiben aufgedrückt. Ich glaube, die Hebel bleiben aufgedrückt. Glocke. Ey, das funktioniert. Okay, das macht es schon einfacher. Ah. Ah. Ah, langes. Die können nicht mehr weiterhauen, wenn die das Schild treffen. Das ist so läppig sein. Das ist so läppig sein. Das ist so läppig sein. Da findet's Feuer. Mit dir war nichts. No. Hinter dir. Was du hier schon kriegst, die fallen nämlich bei mir immer ein paar Sekunden gespätet um Ackokop Oh boy Okay, wenn der Typ jetzt schon tot ist hier Ah, stimmt, dass die gekillt Get back, mother fucker ZP war gefährlich Will ich auch gucken, was da für ein episches Loot ist, wenn so viele Gegner aufstehen Was ist es? Eine Seele Willkommen in Dark Souls Hey, hier ist eine Wand Ah, ich hab mein Zeug wieder Nice Willst du eine Wand? Hier Eine Wand? Oh, das ist sowas, ganz nice Ne, aber das ist sowas, was du nicht hinhörst Guck mal Kann ich nix unten machen? Ist hier unten noch irgendwas? Ein Schalter Nice Wie es aussieht, gab es ja auch einen anderen Weg hin Der wahrscheinlich entspannter ist Mit dem Drop? Vielleicht Aber dann musst du dich hoch... Ah, wenn du dich dann hochkämpfst, hast du ja direkt den Beschwerer Ja Was hat sich jetzt geändert? Vielleicht nicht ganz oben Ja, vielleicht diese Illu-Wall, wo da irgendwas stand Warte, hier kann man auch hin Hast du, so war ich eben schon Ah Hier hat sich augenscheinlich nix geändert Wenn das noch ein Schalter, siehst du den? Wenn wir hier runter troppen Wo runter troppen? Auf der Seite Naja, lass machen Ich mach zuerst Bring Easy Easy Hier ist noch ein Geheimgang Gott Wo kommst du denn her? Ah, da kann man auch runterspringen Warte, wo bist du jetzt hin? Ah, hier waren wir eben Hä? Ah Das ist das Ding Das ist das Ding Ich hab's gesagt Ah Nein Nein Warte, wo bist du jetzt... Wie bist du jetzt hin gekommen? Da Ich mach mir grad ein Fenster zu Wegen den Biestern Du hast da hinten den Dings gemacht, den ich halte Warte Warte Siehst du die Treppe zum Bossraum? Siehst du die Treppe zum Bossraum? Warte Danke Danke Ah Jetzt muss raus Das ist praktisch Da ist ein Boss vor der Tür Äh, da ist es Wie aktiviert man die, die, die illusionären Dinger? Welche Isu sind? Äh so, ich bin gegengerollt jetzt Ah, wie gesagt, das hat bei mir vorher nicht geklappt Ich weiß nicht Ich Keine Ahnung Ähm Wie beschwör ich dich jetzt? Warte, wie beschwör ich dich jetzt? Wie gar nicht Warte, muss ich jetzt den Weg zurück? Alleine machen? Äh, den Weg dahin? Muss ich jetzt den Weg zurück alleine? Warte, sind bei dir schon die Mobs gespawren? Ich muss mich ja Probier's einfach mal grad zurück zu laufen Ah, Göttniss Ich glaube, rückwärts laufen ist wesentlich einfacher Okay Äh, äh Fuck's sake Fuck's sake Oi, 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 oi Eiea You can do it Ah, ich muss meinen Pulli ausziehen, ey Das ist doch Weistreiben Und ich muss nochmal drücken Ich glaube ich jetzt 5 Estus Ich hab auch 5 Trotzdem hatte ich 10 Und normalerweise ist die Ja, aber du hast 2, ich denk mal aus Äh Oh Ich kopier's nicht mehr Mir schraff gar nix Also ich leg da Ah, ich seh's Doh Ja Ich bajo das Ich würde mir euch gelesen Oh, der hat was getroffen. Was ist mein Bogen? Da oben macht die komischsten Geräusche. Äh! Ha! Was ist denn? Du bringst dich doch selber um. Wie konnte er noch mal zuschlagen? Weiß ich. Ich hebe. Lebt jetzt hier noch der Beschwörer? Da sterben die. Stimmt, die sind von dem kontrolliert, den wir jetzt schon gekillt haben. Genau. Da ist auch vergetötet. Das müsst ihr doch eigentlich gegen wollen. Nix bringen. Das ist Patches gewesen. Hey, das ist Nutz, ich kann sie aufheben. Das hatte ich auch. Dann zwischendurch nach rechts. Und rushen, ja? Nein. Oh, wir müssen jetzt kurz zurück. Warte. Deine Aufgabe für... Oh Gott. Kopf treffen. Nein, das kann ich. Ah. Oh. Jetzt schießt er nicht mehr. Geh mal grad heilen. Er schießt. Schießt voll daneben. Du hast das eben nochmal geheilt. Nice. Ah, das geht nicht durch die Rüste. Achter Schuss. Das ist wer. Ja, ihr das. Das kommt noch im Kopf hier. Weg. Gott. Ist noch einer. Weg. Ah. Oh Gott. Oh, wenn du dich hörst. Komm, leben die irgendwie noch eine Zeit lang. Das ist so verwirrend. Was? Ah, ich seh ihn. Oh, das ist echt Patches. Das ist Treasure Head. Ey, das muss ich sagen, das ist voll cool, wenn du so einen Schalter aktivierst, du siehst wirklich die Brücke, wo die sich dreht auch. So vom Leveldesign her. Hey, komm nicht zu nah. So, warte, wie machen wir den Teil jetzt am besten? Springen wir einfach direkt runter? Ne, jetzt spring. Ja, du musst gegenrollen. Erzähl mir mal einer die Logik. Ja, wir haben nach unten, haben wir unten nicht den Schalter aktiviert? Ja, haben wir. Das hat Patches das Ding gedreht. Warte, Patches hat das Ding richtig gemacht. Wer ist Patches? Falsch gedreht. Ich hab gesagt, dass ich ein Priester bin. Ich bin auch ein Priester. Lügt dir gar nicht. Nächste der Sonne. Okay. Hier in dem Bereich jetzt, wo wir sind, da ist irgendwo die Sensorin. Ich weiß noch nicht mehr. Was passiert immer, wenn man als Phantom stirbt? Ich weiß es nicht. Ich bin was raus. Ich bin nicht rum. Passt nicht, du. Oh fuck. Jetzt bist du schon, Tom? Ja. Ah, jetzt erst. Wie gesagt. Das hat gedauert. Ja. Ja. Oh, wie dämlich. Jetzt muss ich wieder bis zu dem Bonfeuer laufen. Ah. Ja, dann wirst du gut im Klicken. Der Klick ist meiner noch so schnell. Aber hier weiß ich nicht. Orètres es BEN. Ich hab da wo die Inlo Wand war zum Bonfire. Willst du unbedingt aufgestochen werden? Nee, ich kann das so vorlegen. Soll ich? Warte. Was macht Kati? Nein! Raus! Nein! Was für'n Fo- in Idiot! Moi! Oi! Oh! Oh Gott, ich ahne Böses. Jetzt dreht Patches die Brücke, während wir da drauf sind. Sowieso. Oh! Geht's echt? Ich hab's gesagt! Du hast überlebt? Ich hab überlebt, aus so nem Forschung bin ich gelandet. Und du? Ja, so viel Glück musst du er... Ich bin vom Bossraum. Ja. Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie ich zu dir komme. Du legst dich einfach direkt vor dem Bossraum. Easy. Aber... Wie komm ich da hin? Äh... Durchlaufen. Ich will grad wissen, was hier unten ist. Oh mein Gott. Ah! Das Ding lebt! Ja, ich lass dich mal töten. Oh Gott, eigentlich sollten wir das Ding hier zusammentöten. Warte, dann lass dich mal nicht töten, ich komm zu dir. Ich... Ich bin schon tot, das Ding hat mich getrittet. Ich bin grad in den Abgrund gerollt. Bist du auch gestorben? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Das ist... Ähm... Weißt du noch bei Andre... Dahinter, wenn man da weiterläuft bei dem, da kommt hier so ein dickes Ding. In so einem großen Raum. So eins ist das. Ah! Die mag ich. Soll ich schlägen? Einfach nochmal, oder? Ich muss mal grad meine, ähm, zählen holen. Watt was Sack des Patches bei dir? Ja. 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 Mal sehen, ich hab da drauf wieder mega, da fällt sich das Ding ab. Ich hab da auch nicht mehr dran gedacht... Das ist mir ganz normal. Ich hab da auch nicht mehr dran gedacht... ...ich hab... Ich hab gedacht... Uff, der macht so was. Wie... Für dem rutscht nochmal der Finger aus... Jetzt. Auf wenigstens habe ich mein Zeug zurück. Nice. Ok, ich lege mal gerade. Ok. Au, au. Das war direkt am Bonfire. Ok. Ok. Oh. Na, da ist es. Oh. Fuck. Was ist mit der Möhre passiert? Weiß ich nicht warum. Abge-abge-grabbt. An beiden Seiten. Mein Arm. So. Oh man. Habt ihr es getroffen? Ah. So, wie machen wir das jetzt? Ne, wollen doch. Warte. Ah, Skelette! Warte, bei dir hat mir das nicht gedreht. Ich bin ja auch cool. Wollen wir nicht das Ding da unten töten? Ich bin jetzt cool mit Patches. Wollen wir nicht das Ding da unten töten. Wir springen einfach. Sobald wir hier sind. Achso. Kommt man auch hin. Glaub ich wieder. Glaub ich. Vielleicht. Da unten noch. Oh, krass. Ich höre noch mal. Ich höre noch mal. Die Köpfe, ne? Vorsicht. Hey, das ist hier drin. Oh, bei dem Schild. Aber das Schild da hilft. Ja. Ist das eine... ... wahre Schild. Ich verstehe doch irgendwelche Sachen, warum ich nicht so schliebe Covenant ahead, okay Fucking dickhead ahead R1 Spam Oh Halt, halt Oh Pass auf Nice Pick up Ethan, Demon Titanite Was ist das hier? High of the dead Das war's Demon Titanite okay, aber Oh Was hat's mit Covenant zu tun Hm Demon Covenant Covenant ahead, Covenant ahead Okay Hm Light ahead Oh Oh Hier ist auch noch ne Tür Ähm Was ist das denn an der Tür Ahhhh Pass auf, da kommt nichts Letto Komm Oh, der steht wieder auf, komm mal ab Oh Vielleicht ist das was cooles Welten ist was cooles Okay Okay Ähm Oh, hier kommen wir her Ja Oh Oh boy Ahhhh Ahhhh, das wollte ich gar nicht machen Ahhhh Ich steh'n immer wieder auf Ich steh'n immer wieder auf Ich muss dir beschwören Ja Ja, hier ist echt cool Oh, höre ich nicht auf dich Komm, du bist doch bekannt, ne Ahhhh, ahhhh, ahhhh Das war ne fiese Pfanne Das war ne fiese Pfanne Bist du denn hier gelandet? Keine Ahnung, da Ohhhh Big boy Auchy boy Ich seh'nix Ich seh'nix Ich seh'nix Ich bin wieder auf Wir müssen hier rein Ich bin wieder weg, schnell Ich bin wieder weg, schnell Ich bin wieder weg, schnell Weiter hoch Ah Da ist er in der Ecke Fucking bitch Boah Ah, hier ist der Leiter Wir gehen hoch, wa Da nicht gucken, was da unten war Wir sind weg Da kommen wir heller, oder? Dann, oder? Egal Keine Ahnung, wo wir sind Hier muss das Lut des Lebens sein Miracle, Tranquil, Weak Walk of Peace Big fancy Ist das was? Ja Na ja, für so'n Wunder nimmt man auch mal sowas auf sich Kann man eigentlich schnell hier runter slideen? Ich hab's versucht schon, ich weiß nicht wie Na ja Ähm Jetzt können wir auch hier runter Was? Aber wie kommen wir hier raus? Ja Hier waren wir Hier bin ich durch die Tür gedocht Hier Weil es war so eine zerbrockelte Band Schatz zerbrock Geil, da ist ein ganzes Loot dahinter Also wir können jetzt wieder an den Ausgangspunkt hier Rüberspringen Rüberspringen Hier ist doch nichts mehr, oder? Was wollen wir da? Da kann man her Aber wie kommen wir wieder zurück? Ich glaub wir müssen weiter Ja Also wir sind noch von Wir sind noch von hier oben drüber Oh Gott, was ist das? Wir müssen nicht mehr hoch Ok, tun wir's Nach hier und mal durch Hä? Patches Das ist da hinten Also müssten wir eigentlich hier Wir dachten hier wär'n Boss? Ja Ok Dann müssen wir doch da hinten lang Ne, nicht da Sondern hier Können wir hier rüberspringen? Oder sollen wir laufen? Halten Ah Also waren wir hier Nicht falsch? Oh, wie lebt der noch? Die sind neu gewesen Hier war ein Glitzerstand Ok, hier geht's entlang Ja, aber was ist jetzt hier hinten? Du guckst da, ich guck da Ja Ja Nix Oh Ich hab hier etwas Komm Dann bist du runter Hier ist auch was Hier ist ein Loch im Boden Die Leiter scheint mir angenehmer Ja Oh Hier ist noch ein Loch im Boden Uah Bin Nein Rush mir das Ja Let's Wir müssen erst denn den Beutuch Nice Der Schild hält gut Uah Uah Die lebe wieder Hit uns Oh 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 Rückwärts Wir sind gespannt ich sollte gar nicht machen boah nice sonst nichts mehr ist ja verrückt wenn er plötzlich vor dir steht oh nein 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 abbrechen abbrechen äh kopf kopf kill it aaaaaa was ha a a ich muss kopf doch kopf 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 So. Aha. du hast auch kein humanity bist du grad sich jungen ich bin dann lege ich ja so dass das rad war gefährlich das war unerwartet bei schiff das schild dagegen vielleicht weiß es das oder der schild das schild oder ich bin verwirrt ist mein kleiner verwirrter junger hast du schon gelegt na klar es erscheint genau in dem moment in dem ich frage ja 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 voll cool jump war noch nicht mein jump wer hat trotzdem getroffen warum gibt es pass auf dass du nah dran bleibst ich drauf hätte es kein bisschen also eigentlich schneller geht es wenn wir jetzt trotzdem springen oder ja 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 wo ist mein großer Junge ja ich heil nochmal vertraue auf dein feuer nein musst du hinter den kommen nein 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 ich könnte das ja in die Mission raus haltet ich haltet haltet ein mit dem wahnsinn haltet ein mit dem wahnsinn hp oh wow das war cool ah meine magie ist leer und jetzt ist über in dem ich hatte ich hatte nichts mehr nichts nichts mehr gehört nee Nein. Ah, warte. Müsst du uns beeilen, gell? Ich höre dir die, die da hochkommen. Ah. Warte. Das hat sich voll getrollt. Geh weiter runter. Warte. Ja? Bist du die Leiter? Ja. Ja. Okay. Ehrlich gesagt, könnte man hier noch nicht mal schnell runter stittern. Selbst wenn man es wollte. So wie die Leiter gemacht ist, ne? Stimmt. Ist er bereit? Der Russian, okay. Aha. Drei, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Er war irgendwie schwach. Ich höre es aber wieder. Skull Lantern. Oh, warte. Ist die Alternative zu dem Helm, oder? Ja. Habe ich auch. Warte, ich habe zwei davon. Jetzt musst du dein Helm ausziehen. Oh nein, der Helm hört auf zu leuchten, wenn ich die hochhalte. Warte. Sieht mir gerade ein Helm aus. Ah. Der Unterschied ist echt nicht so groß. Okay. Es leuchtet genauso weit, wie diese normale Minimalbeleuchtung. Ah, okay. Das ist echt nicht gut. Wo habe ich mal ein Tagesmacht? Einer davon zufällig härter als ein anderer. Okay. So, wir müssen rein und wieder raus. Also, wir müssen raus und erst mit den Ball pullen. Yes. Er kommt. Ah. Wieso stand der so nah? Bei dir? Ah ne, der Radboy kommt. Schockt die Schild aus. Selbst ein Schlag kann ihm nichts an. Ah. Okay, das Schild hat geholfen. Ticko? Ja. Also, es kommt nach der Dicke. Ah, boah. Kippert. Bleibt der Dicke denn? Ich seh den gar nicht. Achtung. Noch ein Radytyp. Zwei Radytypen. Warum hatte ich so einen Dicken und du nicht? Das ist ja wohl merkwürdig. Radytyp hinter dir. Hinter dir. Was? Autsch hinter dir. Oh shit der macht Schaden. Hau ab. Keine Ahnung. Ich bekomme das Loot. Ich bekomme das Loot. Was ist das eigentlich für ein Ort? Keine Ahnung. Geht's hier hin? Ich glaub das ist die Schlucht, wo wir ganz am Anfang da gesehen haben. Es gibt so eine Falle. Es hat einen Hammer hier. Echt? Ich höre keinen Hammer. Meine Sondra bist du und da bist du. Ja doch da ein Hammer. Hm. Naja. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Covenant. mit dem Covenant zu Nito schon und da irgendwie Action machen. Ah. Mit dem Reden oder so. Keine Ahnung. Das ist wirklich Nito. Ne es ist nicht Nito oder? Ja. Ja oder? Ja oder? Runter. Ist doch China's dead. Familie jetzt. Oh boy. Ist der Weg hier hin nicht ein bisschen weit für so einen Boss heute? Ja. Ja. Ich hab so das Gefühl als hätten wir irgendwas verpasst. Schwerst du nach rechts. Gott. Ich bin dran oben. Nein. Helb uns. Es sind drei. Geronimo. Was? Die Feuerwehr macht schaden Oh, die Feuerwehr macht schaden Dodge, dodge Die Feuerwehr Die Feuerwehr kommt Die Feuerwehr wird mittel Es geschah. Ok, eu sou a sua mente. auch da oh ich hab nice oh keine ahnung was ist jetzt muss ich nur herausfinden wie ich hier rauskomme ok ich muss den homeward bone verwenden ah spawn fire klingt eigentlich ok ich bin jetzt an dem wo wir gestartet sind warte ich level doch bevor du mich beschloss ok ok ich muss eh die manager kosten ok hast du resistance geskillt? ne ich glaub ihr könnt einem dabei helfen manchmal ein bisschen besser zu überleben vor allem gegen Flammen ja ok ich hab nicht gesehen ich beschwert sich ok ok hau raus das ist ich bin durch nein wir hatten schon einige dark souls has trained us well momente wo wir echt wir haben ja so angefangen von oh das ist ja viel zu einfach wir sind ja viel zu stark ja und dann plötzlich wird man so umgebummt warte wir müssen jetzt patch es hoch ah du machst schon warte 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 warbar mit dem reden? ja I slipped and flipped it later No Der hat das geploppt Die werden schlauer Raus im Penner Ah, Seelen Warte, wo bist du jetzt hin? Du bist eins runtergelaufen? Ah, da bist du, okay Ah Ich bin rübergesprungen Ja, pass Mann, du bist zu schnell Ja, pass Ich bin da durch die Wand Achso, warum? Weil ich wusste nicht, was das ist Ich bin da runtergefallen Ah, was machst du denn? So, zurück Ich bin nämlich gerade zurück Ich bin nämlich gerade zurück am Kämpfen Vielleicht habe ich diesen Jump gemacht Weil ich dachte, du bist da unten Ich glaube, ich bin irgendwo in der Gegend Lauf mal weiter Ich habe schon vergessen, wo ich hier irgendwann mal rauskomme Du kommst da genau in einem Raum raus wieder Wo du durch das Loch gefallen bist Ah Ah, hier ist der Sprung Ah, hier ist der Sprung Deinen Titanen hatten wir schon tot, ne? Ja Ja Gut Warte Hier geht's dann Jetzt kommt es erstmal Hey Der Beute, die Leiter hoch Ne, guckt denn so vor mich I got this Hast du den runtergedrückt? Dreh Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's So Okay, guck dir das hier an Ja Wie hast du das gemacht? Wie machst du das? Und dann eben noch gesagt Oh, ist ja gar nicht möglich, sich hier runterdingseln zu lassen Wie machst du das? An die, an die Leiter Und drückst die Leiter Einmal kurz Ah, ich hab die immer gedrückt gehalten Ja, ich auch So, und jetzt? Let's go Ach so, der ist ja schon tot Ah Dodging boy Immer tot Ja, jetzt ist das eklig Das müsste nur eine Seelen sein, oder? Ja Achtung Ah 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 Oh, der hört nicht auf Das ist gefährlich Oh Gott die, die Köpfe Die Köpfe Oh, weg hier, weg, weg hier Rad Wo ist das Rad? Oh, das ist Oh, weg, weg, weg Rädchen Rädchen wir haben die nicht so viel hp echt wenn man in jedem teil sachen in zwei händen nimmt macht man ja furchtbar viel mehr schaden oder das ist bei dir auch so der heavy macht richtig viel schaden zu hoffen ist nicht so viel blut bestimmt weil die rädchen von oben kommen äh süchtertyp auch hau mal gegen die wand das schallt so ja das ist so ne bombe ja darf man da gehen ich kann auch noch das sind mit ich google kraft das machen ist es ist 1 Prozent ein in den Anna können der pinwheel hammer scheinlich ist das ein schmied oder dies nicht also paladin leroy ist a computer-controlled npc found in the catacomb of the thump of the giants he resembles bla 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 okay here leroy can be summoned before the fight with pinwheel in the catacombs first make sure you are human his science way at bottom where the wheel skeletons are it's the same piece of land of land you have to jump down from the canyon to get to after climbing up and going through the hallway where the titaner demon to get an item design is near the item i don't understand i don't know if they played the game backwards i don't understand ich weiß nicht ich 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 guck mal ob ich was auf youtube finde paladin leroy leroy okay no location achtung kommt zurück zurück ins game nein die legende ach muss denn hier auf das ist die legende mach dich bereit ich bin bereit ich bin bereit muss touchen immer höchstens einschlag ne ich bin bereit ja ja Achtung, running attack ink Ne, start der kommt jetzt Alter du bist ein Killer Oh ja Habe ich hier gerade den Hinter gerettet Boah im Hintergrund war die ganze Zeit das Ding am Laufen Das Video? Ja ist doch richtig laut Soll ich weiter gucken oder soll ich euch vertöten Okay jetzt will ich auch wissen was hier ist Okay Hey Och Penne ey So Was Was ist da passiert? Hä? Die Person kommt aus dem Sarg raus Was? Die Person da in dem Sarg drin im Video Ich glaube ich weiß was los ist Lead the way Das ist ganz in der Nähe Warte wir gehen laufen ja wieder zurück Ist richtig So hier lang Wir müssen zu dem äh zu dem komischen Demon Aha Mit dem Covenant Ich schwöre dir ich wäre beinahe in das Loch Habe ich gar nicht mehr dran gedacht Wie in den Sarg Ja Ich muss Was? Ist jetzt noch was? Nur du wohnst jetzt da Vielleicht klappt es nicht weil du drin bist Kann das sein Geh ich raus? Geh mal grad raus Geh jetzt noch mal rein und noch mal raus in den Kopf hin Da muss ja irgendwas passieren Das ist ja nicht einfach irgendwie so Geh Ich renne jetzt auch mal grad dahin Ja Ach fucking Was sterben geht die ganze Zeit für Ich weiß, wo ich bin. Ich hab selten so gut gechillt in Dark Souls. Ich hab selten so gut gechillt. Das hat mir jetzt nichts gebracht, aber... Woll doch nicht. Was ist hier los? Ist schon bei dir die Filmzähne? Ja. Okay. Du... Giant. Science! Burn kann man sich hier nicht gegenseitig. Ne, ich hab nicht. Fucking giant tomb. Du weißt, wo das ist, oder? I have no idea. Was? Verkund es mal. Okay, hier ist ein Sarg und der ist groß. Weil der drin ist. Ach, leck mich. Oh, ja, ja, ja. Ich will aber nicht in den Covenant. Ne, ich geh da mal hin und dann sag nein. Dann kriegst du das Achievement aber. Zumindest hab ich's bekommen. Seh ich das jetzt auf Steam, oder? Ja, aber mir ist das auf Steam aufgeblockt. Vielleicht hat's das schon. Hmm... Weiblich irgendwie. Ich kann mal gucken, wie das heißt, das zu Chiefen. Das heißt... Covenant Grave Lord Servant, oder so. Ja, ne, dann muss man das doch annehmen. Ne, ich muss das nicht annehmen. Da kam die Frage, möchtest du... Nein, ging's aber dann? Ja oder nein? Ich hab Nein gedrückt. Und dann hab ich's bekommen. Ah, ich hab Enter Covenant gedrückt, so. Wow. Dann müsste ich's jetzt haben... Wann wird das... Vielleicht warst du da schon. Du hast... du hast es. Ah, ja, jetzt grad. Okay, nice. Ich weiß, wie man da hinkommt. Also, wo man wie bei den Paladin mich hören kann. Aber ich weiß nicht, ob das das Hämmern ist. Guck mal nach nem Schmied. Ah, fuck. Scheiß, ich bin schon wieder in den Sack. Ordentlich hämmert sind die Lieder noch. Ja. Ja. Oh Gott, ich würde hier müssen so'n Steinsack legen. Das ist die komischste Reisemethode. Wie bist du hier hingekommen im Sarg? Bei nem Vampir wird noch okay, aber... Ich muss sagen, das ist eine cool gemachte Szene. Wie die Sicht erst an die Decke ist und so. So. Wie soll ich jetzt nach dem Schmied googeln? Das ist ein... Das ist eins... Eins... Smiths... Nein, nein, ich... Google einfach alle Schmiede, die es gibt. Blacksmith Vanos. Oh, das ist der. Dann kann er den Katakombs mit einem Blacksmith mit einem Serving Player mit Verlust. Okay. Dann kann er den Katakombs mit einem Blablabla. Dann kann er den Katakombs mit einem Blacksmith mit einem Serving Player mit Verlust. Dann kann er den Katakombs mit einem Blablabla. Dann kann er den Katakombs mit einem Blablabla. Dann kann er den Katakombs mit einem Blablabla. Oh, fuck. Ah, da. Okay, da waren wir ja, gell. Genau. Das war da, wo du ganz runtergelaufen bist. Hast du den Wiederbelebungs-Typ getötet und bist dann gestorben. Ähm... Ja. Okay. Okay. Carefully walk, not roll, off the bottom of the stairs against the outer wall. There is a platform directly below. From there you can see another platform with lootable corpse ahead and below. Then you can carefully drop to the bottom, step into the hole there and you will be greeted by a cutscene of Bramnus approaching you and smashing out the walls, suggesting it would be best if you left, else you might cause him to lose his focus. The cutscenes will save your character from an otherwise lethal fall. You should fall. Should he or she be lucky enough to fall directly into the hole from higher? Ah, okay, okay, ja. Okay, ich hab nix gerafft, du musst mich beschwören und zeigen. Okay. Also, wir sind beim Sarg, ja, ich muss nochmal zurück. Zurück? Also wieder zu dem, nicht Endboss-Ding, sondern zurück. Wieso? Wir wollen ja nicht bei dem Gravelord den suchen. Schön auf der anderen Seite. Warte. Warte einfach. Warte einfach. Warte einfach. Ich bin jetzt per Sarg-Express wieder zu dem Demon gekommen. Ja. Und jetzt lege ich hier. Ne, du legst da, oder? Abgelegt. Okay. Was willst du? Hä? Hä? Erst bei dem Sarg. Na, da bist du. Ah. Ich bin nicht ehrlich, ich guck mir das so ein Video an, wo der ist, weil ich hab nur die Vermutung, dass es da ist. Nicht, dass es... Oh. Oh. Du kannst ja ewig suchen, hä? Ich glaub's schon, ja. Oh, finally. Ich muss mit schlechten Art. So. Oh. Ah, der labert viel. Ich mag so ein Laber-Videos nicht. Huh. Skip. Skip. Hey Leute, willkommen beim neuen Video von mir. Sorry, dass ich so lang nichts hochgeladen hab. Jetzt kommt in Next immer regelmäßig jede Woche ein neues Video. Ah ja, und diese Episode ist gesponsert von Surfshark, oder schlaft mich durch. Great Shadow Legends. Nein! Und dann nach 5 Minuten fängt endlich mal das Video an, das eigentlich nur einen Inhalt von einer halben Minute hat. Ok, 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 ok. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hinkommen. Wir müssen nach oben, der Tadeo ist nach oben. Gehen Norden. Es lebt doch was. Die Ruhe gefällt mir nicht. Habe ich hier echt alles gekillt? Suspitiös. Skeletten runter? Oh! Fuck! Ich glaub, ich komm hier gar nicht mehr hoch. Ja. Bis ich das fertig gemacht hab. Okay, vergessen wir das. Äh. Einmal nach unten, bitte. Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Komisch, ehrlich gesagt. Es ist komisch, aber es gibt nichts anderes. Oder? Ne. Ne. Läuft nur im Kreis. Was? Das war dieser eine Hebel, den ich nicht gemacht hab. Aber du, du kannst da hin. Dann ist ja halt weiter. Das find ich krass. Das ist richtig Dark Souls, ey. Ja. Was passiert, wenn man hier hinkommt und, äh, gar nicht das richtige Level hat? Dann kommt man nie wieder hier raus. Was? 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 Wenn du an keinem Bonfire warst, kommst du hier raus. Ich will ihm das Loch jetzt droppen. Ne. Wieso nicht? Das ist Loot. Das Loot ist eine Lüge. Aber ich seh den Loot. Komm hier her. Hä? Du bist falsch, ich möchte. Ich bin richtig. Du bist falsch. Wo bist du? Weißt du gar nicht, wo ich bin. Aber du bist nicht an mir vorbeigekommen. Ich bin weiter. Echt? Du hast mich gesehen? Ne, ich bin unten bei den, bei den Rollrädern. Wie, wie kommst du da hin? Ich bin schnell. Dann bist du einfach gejumpt. Ach so, ja. 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 Ich bin jetzt auch gejumpt. Ach kack, jetzt hätten wir den Paladin beschwören können. Komm, du beschwöre dich jetzt mal. Ich hab keine Ahnung, wo der überhaupt ist. Ja, warte einfach unten. Äh. Macht der Helm Geräusche? Ja. Der Helm? Ja. Ist das der Helm? Besser. Ja. Ja, der macht Geräusche. Eww. Nein, das sind Geräusche der Hoffnung. Ich hätte gern Lebensregeneration. Ja. Ja. Guck mal, siehst du mich hier oben? Äh, ja. Hier ist das Ding. What? Hast du irgendwie ein Item benutzt? Nein. Ach so, Heilung. Ja. Ich dachte schon, was höre ich plötzlich hier. Ist schon wieder Giant Dead Side? Oh fuck. Ja. Leeroy. Leeroy. So, was macht der jetzt da oben? Oh wow. Cool, cool. Auf geht's. Ich hab noch nicht sterben. Ich hab noch nicht sterben. Ich hab noch nicht sterben. Äh. Der ist schon irgendwie ein Opfer mit den Stockhänden. Hm? Hm? Ich heile erstmal noch Oh no Oh die feuern sofort Hilfe Helfers Oh fuck falsche Kaste Oh Brauch ich mich da keilen Lass mich einfach nicht treffen Ah War ja klar dass ich in dem Moment getroffen werde Hä? Ah Haben mich beide getroffen? Ich weiß nicht Wow der frisst Wow 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 Leeroy Hat der Fischer angemacht Leeroy was das Ride of Kindling Maske der Mutter Ich hab die Maske des Kinds bekommen Ach krass Mama guckt mir was anderes Keine Ahnung Was scheinst du? Ähm Hier kommt jetzt Bonfire oder? Ach scheiße Nö Irgendwie nicht Ich weiß nicht wie man da weiterkommt Lass mal ein bisschen weiter Lass mal ein bisschen weiter Lass eins auf jeden Fall Sag Bescheid wenn du was findest Hm? Hier ist Tom Oh fuck Hä? Oh fuck Oh fuck Irgendwohin muss es ja hier weiter gehen gell Oh Holy Oh Pass auf Oh ich bin tot Jetzt echt? Die fucking Räder sind kein Witz Ah fuck die Räder haben mich getötet Oh ich muss meine Seelen holen Ich muss unbedingt meine Seelen holen Oh Oh Ich bin tot Räder Nee Och Nee Warum hast du sonst gestorben? Ähm Wenn du weiter gehst Ah es gibt einen Weiter Ja klar Okay erzähl mir wie man von dem Raum aus weiterkommt Äh In dem Raum wo der Boss gestanden hat rechts ist der Leiter hoch Ah Ah Okay Und dann bist Bist du in dem Grab der Der Giants Oh shit Ohhhhh Was hast du getötet? Ist ja beinahe ein Fallschaden verraten Äh Hehehe Okay Muss einfach schlauer sein als sie F-Fuck's sake Mein Herz ok wo ist das bonfire der ist kein bonfire wo ist das bonfire ist auf jeden fall ein bonfire aber ich habe es nicht hier sind steine verstreut Shortcut ahead. I think not. Where is it? Ich sehe gerade wie es Spaß sieht Ah hier bin ich Das ist bonfire Ich habe es nicht mehr voran hier Fancy shit War hier so lange kein bonfire Ist jetzt irgendwie link oder ist keine ahnung Bravery Ok Ich lese erstmal die Sachen auf dem Buch Very of danger so Ah So Na ja Ich bin mir auch dabei gestorben Ah ok Die Giants Hello Das ist mir ein bisschen zu welt hier Ich dachte hier wäre Hier muss doch ein bonfire sein Der Weg wäre viel zu weit Ja Es muss ein sein Irgendwie so ein Dings rumgerutscht So ein Sarg Rumgerutscht? Ja da ist so ein Sarg so runter Ach da Ach du bist sofort runter gefallen Ja Ok Ok der Sarg Der bringt dich nur Zum ersten Gegner in dem Gebiet Ja Und da will man ja nicht hin Na Ja Hier im Raum ist irgendwie auch sonst nichts Wenn hier ein Bonfire wäre dann wäre sicher auch eine Nachricht Ein Bonfire Hier irgendwo Ist doch irgendwie versteckt oder so Im Bossraum versteckt wäre komisch Nee 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 Das war schon da unten Ich erinnere mich an das Ja aber das In die Links War schon ein Stückchen oder? Meins schon Ok ich schau dir erst K Ok Ok 為 Aaaaaaah Aiaia Oh Sink Werde ich noch mit Pfeilen behagelt Sink Ich glaube ich hab genug für heute Ja Als F4 Hattest du gestorben oder hast du es gefunden? der hat mich runtergekickt Mann